Hallo und schön, dass ihr bei diesem Gewinnspiel-Video dabei seid. Heute will ich den Gewinner vom Merc-Paket zu Armored Warfare ziehen, den ich ja hier ausgeschrieben habe. Auf YouTube hier gab es einen Code zu gewinnen, auf WG News gibt es schon den glücklichen Moxifloxer ziehen, hat da gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle, du hast deinen Code schon per E-Mail erhalten, an die hinterlegte, ganz wichtig. Und an den, der jetzt hier auf YouTube gewinnt, der hat es dann in seinem Nachrichten-Postfach. Deswegen schauen wir jetzt einfach hier rein, da geben wir den Link von dem Video, Load Comments. Ganz wichtig, dass praktisch hier dann immer nur als der E-Mail kommentiert hat, weil man hätte theoretisch doppelt kommentieren können, aber das soll ja nicht sein, dass wer viele Kommentare hat, dann gewinnt. Aber hier, ein Comments, auch wenn eine Tarnstriche überhaupt nichts bringt, schick sind sie und Level 5 sind auch nicht zu verachten. Hat er recht, mal Pugnator, du bekommst den Code direkt per Nachrichten, das heißt, ich mache es ganz einfach. Ich kann nämlich hier auf deine Kanal-Info gehen und kann hier dir eine Nachricht senden. Also schau bitte in deinem YouTube-Postfach, du hast gewonnen. Ansonsten, ihr wisst für die anderen, es gibt hier häufig was zu gewinnen. Also seid nicht traurig und gönnt es den Leuten, die gewonnen haben, weil wer da negativ auffällt über zu viel Flame, der macht einfach in Zukunft nicht mehr mit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Al Karamba.